Was geht? Mein Name ist Reezy, Certified Spinner von Frankfurt bis Miami. We the hardest in here. Never heard before. Let's go. Los geht's. Baddies, ich schick mir ne Addie, ich schick ihr ein Caddy. Wir lassen das Money regnen, so als wär's Konfetti. Was ist passiert? Meine Gang und ich haben mit Dollars die Wand tapeziert. Ich kam aus dem Hinterraum, aus Booby-Trap, bin 20 Mille in der Hand vakuumiert. Das ist passiert. Trust me, wenn ich dir sage, we the hardest in here. Der Boden ist soft, aber das ist kein Tepic, das ist alles Papier. Meine Bitch ruft mich auf Weist-Ein-Mann, sie sagt, sie hat Angst, dass ich mich verliere. Sie wollt nicht intervenieren, doch sie sagt mir, Baby, ich will noch Kinder mit dir. Ich sag ihr, ich will nur gewinnen, nicht verlieren. Das heißt, ich muss noch ein bisschen investieren. Von meiner Zeit, dass ich sie bin, erst mal weht, doch wenn ich zurückkomme, bin ich mit dir. Ich brauch keine Pillys, doch brauch eine Senni, denn ich hab ein Zehntschund'n Flug nach Miami. Wie konnte ich in drei Stunden eine Dreißiger verbrennen? Ich war noch nicht ready. Ich gucke nach links und ich sehe eine Baddie. Ich gucke nach rechts und ich sehe eine Baddie. Sie schick mir ne Addie, ich schick ihr ein Caddy. Wir lassen das Money regnen, so als wär's Konfetti. Ich brauch keine Pillys, doch brauch eine Senni, denn ich hab ein Zehntschund'n Flug nach Miami. Wie konnte ich in drei Stunden eine Dreißiger verbrennen? Ich war noch nicht ready. Ich gucke nach links und ich sehe eine Baddie. Ich gucke nach rechts und ich sehe eine Baddie. Sie schick mir ne Addie, ich schick ihr ein Caddy. Wir lassen das Money regnen, so als wär's Konfetti.